Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Lass uns gemeinsam über das letzte Video nochmal sprechen. Ich würde liebend gerne ein Marktvideo machen zu den aktuellen Marktbedingungen im Cryptospace. Es sind ja viele spannende Sachen passiert, aber ich glaube, lass uns mal tatsächlich auf Zylistia nochmal anknüpfen, denn es gab sehr, sehr viele Fragen. Deine Fragen werden jetzt hier in diesem Video geklärt und wie immer lade ich dich auch herzlich ein hier auf meinem Kanal. Gerne abonnieren, gerne liken, wenn schon nicht getan. Und wichtige Fragen sind dabei. Ich habe die Fragen gar nicht beantwortet. Das mache ich nämlich jetzt. Und ich würde mal sagen, wir starten direkt auch mit diesem Video und kommen natürlich auf die ersten Fragen. Viele überaus positiv. Guten Morgen, Dankeschön. Kann mich nur wiederholen. Mega Art. Vielen, vielen Dank. Und die erste Frage, da fragt jemand, ob ich nämlich noch tiefer eingehen kann, den Unterschied zwischen Osmosis und Kepler erklären kann, ob und wie man natürlich Osmosis und Kepler auch an Blockpit mit anbinden kann, beziehungsweise für den Steuerreport. Und da muss ich eine Sache sagen. Ich mache tatsächlich auf meinem Kanal Content für Fortgeschrittene. Man sollte selber verstehen und wissen, was eigentlich Osmosis ist. Ich möchte gerne keine Zeit verlieren, indem ich auch Grundlagenvideos mache. Mal hier und mal da. Ein Tutorial ist ja okay. Aber so generell möchte ich keine Zeit verlieren mit irgendwelchen Was ist Was und Wie ist Wie und so weiter. Ihr versteht, was ich meine. Jeder sollte selber in Eigenregie auch für sich selber diese Informationen ausarbeiten. Und die nächste Frage ist von German Bull. Bitte ein Update über die Airdrops, die vorgestellt werden. Danke. Kann ich natürlich machen. Ist alles kein Thema. Also so Airdrops-Videos finde ich richtig stark. Super eine Frage. Gibt es da eine Mindestmenge, die erreicht werden muss oder ist umso mehr, umso besser? Tatsächlich sind viele Protokolle, da brauchst du halt nur einen Tier bzw. nur eine Einheit. Dann bist du auch damit okay. Aber meistens bei Kosmos zumindest, da weiß man oder kann man Pi mal Daumen sagen, mindestens 25 Atom, dass man in einen Validator gestaked lassen sollte. Und bei Tier weiß ich nicht, würde ich sagen, alles über 5 ist okay. Bei einem vielleicht eher weniger, aber das ist immer je nachdem, welche Protokolle auf Celestia aufbauen und welche Bedingungen und Anforderungen sie natürlich auch haben, kann es immer wieder unterschiedlich dann auch sein. So wie immer sehr angenehme Art deinerseits. Kurze Frage, bis wann kann ich das noch machen? Stake all meine Tiers und das Unstaking dauert 21 Tage. Da, lieber Frank, kann ich tatsächlich nichts sagen, denn es hängt immer ab, wann ein Projekt auf einer Blockchain bzw. jetzt hier auf Celestia auch gelauncht wird. Ja, die Unstaking-Unbounding-Frist dauert 21 Tage. Und ich denke, das ist okay, wenn man etwas Celestia kauft und es einfach in einem Validator gestaked lässt und das Ganze über Monate hinweg, weil immer wieder wird ja im Hintergrund ein Snapshot durchgeführt für kommende Projekte. Nur mal als Beispiel, wenn Verachain jetzt Q3 auf den Markt gebracht wird, im Mainnet starten sollte, dann aber auch in Q2 ein Snapshot gemacht wird, dann sind wir ja dabei. Okay, deswegen würde ich jetzt nicht empfehlen, wenn ein AirDrop rausgekommen ist, dass wir unsere Assets wieder rausholen, denn es kommen ja immer wieder weitere Protokolle. Und die sollten wir natürlich auch immer mitnehmen, denn wir machen ja schon, wenn wir das Ganze in einem Validator gestaked lassen, schon sehr, sehr viel. So, danke für dein Video. Kann ich die zusätzlichen Wallets auch derselben Chrome-Extension von Kepler halten, solange ich keine Transaktion zwischen den Wallets habe? Oder müssen die beiden Wallets zwingend auf separaten Geräten laufen? Dazu beziehe ich mich an eine Stelle in meinem Video. Da sage ich aus einer kleinen Hack-Erfahrung selber, dass ich zwei Wallets habe. Einmal auf meinem Mac und einmal auf meinem Rechner. Software-Wallets. Und ja, ich möchte natürlich doppelt abkassieren, ganz klar. Und jetzt fragt No Baumann, ob man oder ob die beiden Wallets in derselben Chrome-Extension auch gelagert werden können. Also beides Software-Wallets über Chrome. Tatsächlich ja, aber, aber ich weiß nicht, inwiefern die IPs, Adressen ausgetauscht werden. Das kann ich dir nicht sagen. Du bist aber auf Nummer sicher, wenn du das Ganze auf einem separaten Rechner hast. Denn wenn wir, nur mal als Beispiel, auf einer Chrome-Extension irgendwas machen, Liquidität zur Verfügung stellen, dann ist der Hang oder das Bedürfnis auch, ganz klar, dass wir das auf der zweiten, unmittelbar danach auch machen, auf der zweiten Chrome-Extension. Dann kann es aber auch sein, wenn die sehen, dass du immer dieselben Transaktionen im selben Intervall hast, oftmals. Dann kann das nämlich auch zum Ausschluss führen. Und damit sicherst du dich selber eigentlich ab, indem du das Ganze auf einem weiteren Gerät eben auch lagerst. Das ist nur meine Erfahrung. Aber natürlich, klar, kannst du es so gerne machen, wie du es möchtest. Danke für das Video. Immer wieder gut, die Airdrops-Content. Ich habe es auch lange nicht gemacht. Eine Sache habe ich nicht verstanden. Am Anfang verstehe ich, dass du das durch das Tier-Staking berechtigt sein willst für den Tier-Airdrop. Aber den Airdrop gibt es ja schon letztes Jahr für Tier. Das Mainnet ist doch schon länger draußen. Oder habe ich da was falsch verstanden? Matthias, dazu muss ich mich ganz kurz auf Vollbeschalten. Wir machen das nicht für den Celestia-Airdrop. Denn den Celestia-Airdrop haben wir bekommen, weil wir Kosmos gestaked haben. Wir machen den Celestia-Airdrop und die ganzen Sachen, die dazugehören, für kommende Projekte, die auf Celestia, auf der modularen Blockchain, aufbauen. Damit wir natürlich auch da die Airdrops mitbekommen. Also für zukünftige Projekte, die auf Celestia aufbauen. Und das sind einige und einige gute, gute Projekte, die auch darauf laufen werden. Perfekt schrittweise erklärt. Hältst du es für sinnvoll, noch Atom zu staken? Absolut. Ja, Atom ist so, dass 9 plus Ultra definitiv solltet ihr staken. Es kann nämlich sein, dass wir, wenn Protokolle auf Celestia aufbauen, nicht nur Celestia-Inhaber berechtigt sind, sondern auch Atominhaber. Denn Atom ist quasi die Mutterwährung. So, hi Hugo. Kann mich nur durch eine Atomadresse auch alle anderen Adressen, wie in den Injective-Tier und anderen herausfinden, die man über Kepler-Chain... Kann man nur durch die Atomadresse... Achso, nee, nee, du musst auf Kepler gehen und kannst dann hier direkt das Ganze eintragen. Wenn du auf Osmosis gehst, gehst du auf Osmosis. Dann auf Deposit, dann kannst du deine Adresse hier oben direkt sehen. Oder auf Celestia, hier oben Deposit. Also jede einzelne Chain an dieser Stelle hat unterschiedliche IDs. Ja, ganz wichtig. Also ihr solltet darauf achten, nicht alles auf Kosmos schicken. Denn ich glaube, ihr würdet sowieso nicht weiterkommen, wenn ihr versucht, Osmosis über eine Börse auf Kosmos zu schicken. Dann kriegt ihr, glaube ich, eine Fehlermeldung. So, vielen Dank. Gerne auch nochmal ein Video zu Layer Zero. Ich habe tatsächlich viele Videos zu Layer Zero gemacht. Gerne mal auf meinem Kanal nach Layer Zero suchen. Starkes Video, wie hoch könnte bei kleinen Summen denn ein Airdrop sein? Also, das ist egal. Es muss ja nicht immer eine kleine Summe sein, sondern es muss immer, je nachdem, wie bereitwillig die Protokolle sind, die Airdrop auszuschütten. Wenn wenig Berechtigte dabei sind, nur wenige berechtigt sind, dann kriegst du dementsprechend auch viel und es ist egal. Also hier ist nicht mehr gleich mehr. Super Video, nur kurze Frage. Benötigen wir ein paar Osmosis? Ich teste gerade nach der Arbeit. Ja, brauchst du auf jeden Fall mindestens 20 Cent. Danke, echt gutes Video. Atom-Chain sollte das Potenzial des Coins mehr nutzen als Layer Zero. Dann würde Atom durch die Decke gehen. Aber wo kann ich sehen, ob ich einen Airdrop bekommen habe oder nicht? Das ist auch nochmal eine Frage. Wir oder ihr könnt das sehen, indem ihr tatsächlich meinen Kanal abonniert. Ganz wichtig, weil ich werde solche Airdrop-Videos häufiger machen. Und oder die Leute einfach auf Twitter folgen. Dann werdet ihr das auch schon sehen. So, wie bekommt man Airdrops? Halte Solana, könnte man beziehungsweise Video machen. Kann ich tatsächlich nicht machen. Bitte hör nicht auf. Ein Dumme, wie ich sogar verstanden. Ganz herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Und sorry, andere Generation weiß oft nicht, was du da redest. Ja, das ist der Vorteil. Wir sind sehr früh am Markt. Und dann können wir natürlich da auch unsere Profits generieren. Aber es ist wirklich, bitte recherchiert selber. Es ist so verdammt wichtig. Ja, ich glaube, wenn ihr versteht, was ich hier meine. Ja, und worüber ich rede. Dann könnt ihr natürlich auch davon eure Profits dann auch ziehen. Dann habt ihr auch dadurch eure Vorteile. Denn für mich ist es jetzt so einfach, ne. Wenn ich jetzt auf Zylistia bin, wie Osmosis funktioniert, Liquid Staking und so weiter, worauf ich achten muss. Dann ist das für mich dann die beste Bestätigung, zu sagen, okay, dann bin ich noch sehr, sehr früh dabei, ne. Deswegen, aber ich bin dafür da, um euch auch diesen Einstieg, diesen leichteren Einstieg auch brutal kompliziert auch so weit durchzuführen. Und ich denke, das ist auch natürlich mein Warum, warum ich diesen Kanal habe, warum ich es sehr, sehr gerne mache. Und ja, ich denke mal, es sollte jetzt erst mal soweit gut sein. Wir haben viele gute Fragen erklärt. Und wenn du die ein oder anderen weiteren Fragen hast, dann gerne auch in die Kommentare nochmal damit. Und schaut euch gerne das Video nochmal von gestern an. Zylistia AirDrop, mega, mega geiler Content. Und auf jeden Fall, ja, ich hoffe mal, sehr, sehr Informationen zu bringen für die Leute, die noch nie eine Ahnung haben, wie man AirDrops überhaupt farmt. Ich bedanke mich recht herzlich. Ich wünsche euch allen einen wunderbaren Tag da draußen. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao, ciao.